Willkommen zurück, eine neue Folge WoW Wrath of the Lich King Classic. Wir setzen unsere Naxxrama Sky-Reihe fort und sind hier in der Nekropole. Drei von vier Vierteln sind besprochen, nämlich das Arachnitenviertel, die ersten drei Videos, das Seuchenviertel, die zweiten drei Videos und die letzten vier Videos war das Konstruktviertel. Heute geht es ins Militärviertel. Ihr kommt rein, habt erstmal eine ganze Zeit lang Trash vor euch und geht dann in so einen kleinen Arena-Kampf, kann man sagen. Dann geht es weiter in einen Raum, der geteilt wird und am Ende in einen großen Raum mit den vier Reitern. Okay, dann schauen wir uns das nochmal im Detail an und werden uns dann auch dem ersten Boss zuwenden. So, so sieht nochmal das Militärviertel aus. Wie gesagt, Eingang, das kleine Kolosseum, der geteilte Raum und dann geht es hier zum Ritterkonzil am Ende. Wir haben hier in diesem Militärviertel sehr viele Todesritter, Skelette und weitere Untote, die es zu besiegen gilt. Unsere Bosse sind Instrukteur Razuvius, Gothik, der Ernter und die vier Reiter. Als Belohnung gibt es die Tier-7-Brustplatte und die größte Gefahr hier ist Koordination und Planung. Das heißt, gerade bei den vier Reitern, aber halt auch bei Razuvius und Gothik, sollte vorher ausgemacht werden, wie man am besten gegen die antritt und welche Spieler für welche Aufgaben eingeteilt sind. Kommen wir zu Razuvius. Das ist der erste Boss und ihr seht schon, der guckt etwas grimmig und der haut auch ziemlich hart zu. Er hat nämlich einen Schlag des Ungleichgewichts, der macht 100.000 Schaden und eine Verteidigungsverringerung um 100 Punkte für 6 Sekunden. Das heißt, ihr werdet dann nicht mehr Crit-Immun sein. Er hat ein gezacktes Messer, was 5.000 bis 6.000 Schaden macht und ein 2.000er Dot pro Sekunde für 5 Sekunden. Das macht er vor dem Boss und nämlich alle 10 Sekunden. Somit sollte keiner vor dem Boss stehen. Er hat noch einen verstörenden Schrei. Der macht 7 bis 8k Damage an jeden Spieler, alle 15 Sekunden. Und er hat auch noch Ads, das sind die Reservisten der Todesritter. Die haben an Fähigkeiten einen Blutstoß, einen Spott, und die Knochenbarriere, die den verringerten erlittenen Schaden um 75% mindert und dann hoffnungslos, da bekommen sie 5000% mehr Damage, wenn der Boss gestorben ist. So, wie spielt man den Boss jetzt? Wir haben 2 Tanks für 2 Todesritter. Ihr habt nämlich 4 Todesritter und den Boss. Jeder Tank schnappt sich 2 Todesritter. Und jetzt kommt die wichtige Phase. Im 25er übernehmen 2 Priester 2 Todesritter. Das heißt, einen von dem einen Tank und einen von dem anderen Tank werden von den Priestern übernommen. Und diese Todesritter, diese übernommenen, tanken den Razuvius. Nämlich immer so, dass ihr die Knochenbarriere anmacht und dann den Boss spottet und mit Blutstoß halt draufhaut. Diese 3 Fähigkeiten habt ihr ja. Wenn die Knochenbarriere ausgelaufen ist, oder kurz vor Auslaufen ist, macht der 2. Priester seine Knochenbarriere an und spottet den Boss ab. Weil die Todesritter sind die einzigen, die diesen Unbalancing Strike überleben mit 100.000 Damage. Das überlebt euer Tank sonst nur mit ein paar Cooldowns für ein paar Sekunden. Aber eben nicht über den gesamten Kampf. Und ihr könnt dann den Todesritter wieder freilassen und ihn direkt wieder übernehmen. Platziert ihn am besten so, dass er ein bisschen Zeit braucht, um an den Priester ranzukommen. Einfach, weil die Priester natürlich die meiste Agro damit machen, wenn sie die Ziele übernehmen. Am besten natürlich auch, ihr habt einen Shadow mit Trefferwertung, weil dann könnt ihr sicher sein, dass das Übernehmen funktioniert und nicht fehlschlägt. Zur Not kann der Tank erstmal den Todesritter noch zwischenspotten. Kleine Ergänzung für einen Zehner. Da braucht ihr quasi die Priester nicht, weil da gibt es zwei Säulen. Da sind auch nur zwei Todesritter da, glaube ich. Oder waren es auch vier? Das werden wir gleich im Video sehen. Und ihr könnt die Todesritter über die Säulen übernehmen. Ja, wie gesagt, kurz bevor die Knochenbarriere ausläuft, abspotten und den Todesritter freilassen. Ja, und dann dürfte der Boss kein Problem sein. Und wenn der tot ist, könnt ihr die Todesritter mit 5k% mehr Damage umhauen. Dann schauen wir uns das doch mal an, wie das im Video ausschaut. So, das Videomaterial von Siederhelm ist halt hier für einen Zehnspielermodus. Ihr seht, da sind halt wirklich nur zwei Todesritter und zwei dieser Säulen. Da können dann auch die Tanks diese Todesritter übernehmen und eben Razuvius antanken. Ansonsten müsst ihr das mit den Priestern machen. Ihr seht aber unten die gleiche Leiste. So, in dem Video wird es halt jetzt so gemacht, dass der zweite Todesritter jetzt vom zweiten Tank erstmal angetankt wurde und jetzt durch einen anderen Spieler übernommen wurde. So, dass wir im Zehner zur Not noch einen haben, der auch den Boss mal abspotten kann. Sollte was schief gehen. Ja, die Todesritter tanken den Boss am besten halt weggedreht. Das heißt, ihr macht euch eine Position aus, wo der Boss hinschauen soll, damit sein Wurfmesser quasi nur den Todesritter trifft, der ihn auch tankt. Und alle anderen stellen sich dahinter auf und hauen auf den Boss halt ein. Im 25er, wie gesagt, müsst ihr das mit den Priestern machen, mit Übernehmen. Ihr seht, hier werdet ihr dann einfach rausgekickt aus der Säule und habt eine Zeit lang einen Debuff, dass ihr nicht wieder übernehmen könnt. Das heißt, ihr müsst dann gucken, wer Agro hat. Gegebenenfalls müsst ihr spotten, um zu verhindern, dass Heiler jetzt hier betroffen werden. Ja, und dann wird der Boss Stück für Stück nach unten gehauen. Ihr könnt die Todesritter natürlich, oder ihr solltet sie auch heilen. Also die Heiler dürfen diesmal auch die Gegner heilen, wenn sie übernommen sind. Sodass die so lang wie möglich am Leben bleiben. Gerade im 25er habt ihr halt mehr Damage, was auf die Todesritter eintritt. Ich glaube, im 25er sind es vier, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wenn es nur zwei auch sind, dann wird es halt im 25er eintritt. Weil wenn ihr keine Todesritter mehr habt, dann müssen eure Tanks da ran. Und ich glaube nicht, dass den meisten Tanks das gefällt, wenn die hier 100.000 Damage Shellen bekommen. Das mag dann später mit ICC-Gear kein Problem mehr darstellen. Da kann man den wahrscheinlich so tanken, weil man so viel Mitigierung und HP-Pool und sowas hat. Aber mit blauen Gear, beziehungsweise den ersten Naxxramas teilen, kann das schon noch ein bisschen wehtun. Deswegen lieber die Mechanik spielen, die Todesritter übernehmen. Und dann sollte das kein Problem darstellen. Ja, ich hoffe, euch hat der erste Boss hier im Militärviertel gefallen. Ihr seid auch bei den nächsten Bossen wieder mit dabei. Und wir sehen uns dann bei Gothic, dem Ernterer. Ihr seht, was passiert, wenn die Todesritter tot sind. Dann muss halt hier so getankt werden oder es stirbt alles. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!